Was geht ab ihr Zocker? Wir sind eine Woche und zwei Tage vor Release, zumindest da wo ich das Video gerade aufnehme. Und Focus Home Interactive hat auf ihrem Hauptaccount natürlich nichts besseres zu tun als schon, ja wie soll ich sagen, den Battle Pass ein bisschen zu reviewen und was uns so erwarten könnte mit zukünftigen Content. Wir machen das natürlich so wie immer in meinen Videos. Wir machen einen Trailer, reacten drauf oder machen eine zusammenfassende Reaktion drauf. Wenn eine spannende Teil oder ein kleines Kapitelchen zu Ende ist, sagen unsere Meinung, übersetzen das und spielen danach den Trailer ab, machen dann wieder so weiter und ihr liked das hoffentlich, abonniert den Kanal, weil Hood, Outlaws und Legends bald rauskommt und wir legen jetzt besser mal los. Für Hood, Outlaws und Legends post-launch plans, wir bringen regular free updates für all players, including new Characters, Maps, Game Modes, Events und mehr. Also, anyone who purchases the Year One Edition will gain access to three seasonal Battle Passes, each fully loaded with exclusive cosmetics to unlock. Okay, okay, ihr habt das glaube ich gerade richtig auch gehört, ne? Ja, ich höre. Also, es gibt neuen Free Content und der Free Content bezieht sich auf Maps, Charaktere, Events und Game Modes für alle. Also, free for all Content und also Hashtag, wenn das wirklich so ist, ne, dann habt ihr euch den Hashtag Ehrensumo Digital oder Hashtag Ehrenhersteller, Ehrenhersteller, alles klar. Hashtag Ehrenspielehersteller oder Spieleentwickler verdient, also wirklich, das finde ich schon mega cool gemacht. Was soll man dazu anders sagen? Also, wenn man Leuten wirklich for free sowas gibt, ich finde, das ist nicht selbstverständlich, wenn du mal heute bedenkst, dass du in Street Fighter fast deine Charaktere zusammen kaufen musst. Also, oder in For Honor, die Download, die wollen da Downloads für sehen. Gut, dafür können die Charaktere auch was und die schenken das einfach for free. Das Spiel finanziert sich dann im Endeffekt über die Battle Pässe oder über Skins, gehe ich mal davon aus, finde ich auch nichts Verwerfliches dran. Selbst wenn der Skin was teurer ist, okay, ihr spielt meistens sowieso nur mit ein bis zwei Charakteren, da kann man ruhig mal auch einen Skin für einen Zehner raushauen. Es ist ein Third-Person-Spiel, ne, wenn es 15 Euro ist und der Skin ist geil, ich sag so, ist grenzwertig, ne, und Premium-Content bezahlen, es sind nur die Battle Pässe. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt machen die in meinen Augen nicht wirklich viel falsch. Technik, die begeistert. Und wir haben auf jeden Fall vier Seasons, beziehungsweise drei Seasons und Season 0, würde ich jetzt einfach mal tippen. Wir werden es vielleicht gleich im Trailer noch gesagt bekommen, wir haben erstmal Season 0, das ist dann die Season Litter, dann kommt Season 1, die trägt dann den Codenamen Samhain. Season 2 ist dann die gute Jule, beziehungsweise die Jule-Season. Und die letzte Season dann in diesem Jahr wird dann Season 3 Ostara sein. Jetzt frage ich mich dann nur noch, was wird wohl in Season 0 oder 1, vielleicht würden wir das ja gleich noch erklärt bekommen. Ich tippe jetzt nur mal, dass es 0 ist. Was werden wir uns da erwarten können oder was sind unsere Hoffnungen? Wir sind gespannt, um die erste Major-Free-Edition zu kommen. A brand-new map, Mountain, will arrive soon after launch as part of Season 0, Letha. Set on the great mountain known as Storbrmund, the treacherous area has been taken over by the Sheriff and a small army in an attempt to bring it under state control. Made up of two distinct areas connected by bridges, the mix of long sightlines and tight, coverless overpasses, make Mountain a fresh, deadly challenge for any would-be outlaws looking to pull off the perfect heist. Wir haben eine Schneemap bekommen, die Mountains. Und die Mountains, so wie das aussieht, mit Schnee, du kannst wahrscheinlich gut covern. Wir haben gesehen, dass wir zwei Brückenköpfe haben, beziehungsweise zwei Brücken, wo wir lang gehen können. Und dann haben wir eine Mischung von zwei Gebieten und der Brücke, die als Bestandteil ist und die sehr schutzlos ist. Das heißt also, ein guter Schütze könnte vielleicht abfacken, merke ich richtig. Aber ich muss gerade mal sagen, das lobe ich mir eigentlich wirklich, die hauen solche Infos da gerade raus. Andere, die würden da Monate für brauchen, einen Trailer da machen, richtig hardcore und würden dann ihre Skins bewerben und die hauen einfach Free-Content da gerade raus. Und andere würden sich das bezahlen lassen und ich kann andere Spielehersteller gerade nicht aufhören zu ranten. Man soll eigentlich nicht hyped sein, man soll wirklich eigentlich nicht zu viel verlangen, man weiß nicht so viel. Aber das ist wirklich Ehrenaktion, wirklich ohne Scheiß. Sumo Digital, ihr macht da für mich sehr viel richtig gerade in dem Moment. Ach und was zu Season 0 ist, ich hab's euch gesagt. First Season of Free-Content, Letha also brings a number of seasonal events, including a special time-limited community event. In addition, we're planning an exciting new game mode that puts the emphasis on bloody action. Ja, dann haben wir natürlich jetzt dazu bekommen, nur eine Kleinigkeit eigentlich. Wir haben einmal neue Events dazu bekommen oder Community Events und wie gesagt, nochmal frei für alle. Keiner wird ausgegrenzt, nur weil er keinen Battle Pass hat. Und natürlich, noch geiler, es wird ein neuer Spielmodus rauskommen und der soll actiongeladener sein. Wahrscheinlich so eine Art Team-Deathmatch oder verkürzte Zone-Fighting-Modes. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Die Frage ist nur, ob die Bots damit eingearbeitet sind. Ich hoffe, ja. Das sieht wie eine Kernmechanik aus. Das könnte nervig sein, vielleicht auch. Man muss dem Modus erstmal eine Chance geben. Wie gesagt, es ist auch nur in Planung. Man weiß noch nicht, was es ist. Ach du Scheiße. Das gefällt mir mega gut. Also, der letzte Teil vom Trailer, der hat mir wirklich die Kinnlage runtergehauen. Wir kriegen einen neuen Outlaw schon. Oder der ist schon in der Mache und man hat schon die ersten Zeichnungen gesehen. Wird wahrscheinlich eine Z sein, so wie das ausgesehen hat von den Gesichtsmerkmalen her. Dann noch schön mit so einem orientalischen Schwert, so mit dieser schönen Sonnendeko da. Gefällt mir bis jetzt mega geil. Wie gesagt, sie wurde nur so vorgestellt. Die wollen auch nicht mehr zu viele Details verraten. Wahrscheinlich wegen Leakern oder Leaker werden das eh kaputt machen. Ich hoffe, da wird nicht so viel geleakt, weil sonst kann man nicht so krass hypen. Aber die Planung dahinter, alter Schwede. Das ist schon mega cool gemacht. Und boah, bitte lasst das Gameplay geil sein. Wir werden es am Freitag sehen. Da kommt Hood Outlaws in Legends raus. Seid ihr auch so hyped wie ich jetzt mittlerweile? Oder freut ihr euch auf das Spiel? Seid ihr einfach so? Boah, das könnte richtig cool werden. Längelt mir unten in die Kommentare. Ich sage dann jetzt noch Tschüss. Bis dann. Abonniert den wundervollen Kanal. Und habt noch viel Spaß beim Zocken, Ausrauben oder sonst irgendwas.